Yo, 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 was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wieder in Nürnberger Innenstadt. Ihr wisst Bescheid. Heute mal was anderes. Wir lassen wieder Leute auf den Song reagieren. Und zwar von Calvin, der aus Nürnberg. Ihr wisst Bescheid. Es ist ein fresher Song. Also ich persönlich finde es frech so. Ich habe es schon reingehört. Und ja, mal schauen, was die Leute dazu sagen. Ich würde sagen, Alter, viel Spaß mit dem Video. Bleibt dran, Alter. Peace out. Yo, 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 was geht? Wir haben direkt den nächsten Kandidaten. Wie heißt du, mein Bruder? Kamal, bro. Kommst du aus Nürnberg? Nein, nein. Wo kommst du? Nee. Auf jeden Fall, Bruder. Ich lasse heute heute auf den Song reagieren. Das ist ein Newcomer, so Calvin heißt er. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal von ihm gehört hast. Er hat seinen Song rausgebracht gestern. Und ja, was ist so dein Musikgeschmack im Voraus, bro? So Deutschrap, aber auch so englischer Bereich auch. Okay, stark, Bruder. Ich würde sagen, ich habe was freches, neues, deutsches. Hör einfach mal rein, Bruder. Ja? Richtig. Mein Herz ist kalt, weil auf der Brust ein Eisberg. Wir gestanden. Die Air Force beweisen es, weil sie es aus noch weiß war. Auf einen Tag gemein schon und sagt, das ist leichter. Mein Herz ist kalt, weil auf der Brust ein Eisberg. Wir legen Steine auf mein Weg. Die Air Force beweisen es, weil sie sonst noch weiß werden Sie sind nicht mal das erste Paar, das ich trage Warum fühle ich mich wieder las, ich baue ne Karte, ich ziehe ja bis zu anderen Zeiten Okay, 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 was sagst du? Bruder, ist eigentlich gut? Ja? Bist du ein Newcomer? Ja, ja, aus Nürnberg auch mäßig Ist stark, ja, ist stark Also ich glaube, aus dir wird was Ja? Feierst du so? Ja, denk schon Ja, doch, doch Eine Frage, willst du auch privat an Nürnberg? Ja, denk schon Ja? Wie heißt der Song? Äh, Calvin, also Air Force heißt der Ja, pass Von Calvin Soba Ja, man Auf jeden Fall, Bruder, willst du noch was sagen, jemanden grüßen? Ja, boah, alles gut, danke Okay Jo, 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 was geht? Wir haben direkt die nächste Kandidatin, wie heißt du? Äh, Amine Kommst du aus Nürnberg? Ja Was für Lanzfrau? Äh, ich bin Türkin Okay, stark Was feierst du so, äh, was deine Musik ist, magst du im Voraus? Deutschrap, The Weeknd, sowas halt Ja? Okay, stark Auf jeden Fall, ich habe was feuchtes, neues, deutsches Ich würde sagen, schau dir einfach das Musikvideo an Ja Ist du auch aus Nürnberg, Newcomer? Ja Die Air Force beweisen zwei Saisons noch weiß werden Lauf ein Tag in meinen Schoen und sag, das ist leichter Mein Herz ist kalt, weil auf der Brust ein Eisbär Sie legen Steine auf mein Weg, gestein auf mein Ter Die Air Force beweisen zwei Saisons noch weiß werden Sie sind nicht mal das erste Paar Nein, sie sind nicht mal das erste Paar Nein, sie sind nicht mal das erste Paar Die Air Force beweisen zwei Saisons noch weiß werden Sie sind nicht mal das erste Paar Sie sind auch nicht mal das erste Paar, das ich trage Warum fühle ich mich wieder lost? Ohne Karte Ich ziehe ja bis ane Zeiten auf Vegetarren Vegetarren Okay Ich ging zur Bank von Mama, doch kein Geld drauf Fuck, fuck, ich glaub, sie ist wieder schlecht drauf Immer struggles, nur wegen dem Geld Ich mache jetzt schnell, Kauf hier am Penthouse Er sind Arben auf meinem Trikot Wir reden nicht in der gleichen Liga Auf einem Tisch, man gefrorene Wings Auf deinem gekochten Okay, was sagst du? Also er hat auf jeden Fall eine gute Stimme Ja? Feierst du das? Nicht mein Style, aber auf jeden Fall, er hat Potenzial Ja? Okay, was sagst du 1 bis 10? Mmm, so eine 7 Ja, würdest du dich das auch privat anhören? Vielleicht Vielleicht? Okay Ey, willst du noch sagen, jemanden grüßen? Ich grüße Allah Okay, grüße ich raus Yo, 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 wir haben direkt die nächsten Kandidaten Ein ganz besonderer Bruder Jigo Oh, Jigo ist immer am Stamm Jigo ist heute einfach bei mir, Bruder Wie bist du bei mir gelandet, Bruder? Ich weiß nicht einfach Bro, ich hab auf gedacht Ich will heute mit Pablo's was drehen Okay Ich hab einfach so, ich bin einfach hier gespannt Außer ein Kunde Ja, ich weiß auch nicht Also heute geht's um einen Song, Bruder Ich hab was freshes, neues, deutsches, Bruder Newcomer aus Nürnberg Was ist so dein Musikgeschmack im Voraus, Bruder? Was ist dein Musikgeschmack? Sag ich die Wahrheit Italienisch, Englisch und Deutscher Rap Okay Aber so nicht so, dieser deutsche Rap als Mit wie lange ein bisschen so chillig und so weiter Okay, stark, stark, Bruder Schliche Musik Okay, Bruder Ich zeig dir auf jeden Fall das Musikvideo Kannst du mal reinhören Und du sagst mir einfach deine Meinung dazu Okay, Bruder? Mein Herz ist kalt, weil auf der Brust ein Eisberg Wir gestern noch Die Air Force beweisen, es weiß, sie sonst noch weiss wäre Lauf ein Tag in meinen Schoen und sag, das ist leicht wäre Mein Herz ist kalt, weil auf der Brust ein Eisberg Sie legen Steine auf mein Wegestein, auf mein Ter Die Air Force beweisen, es weiß, sie sonst noch weiss wäre Sie sind nicht mal das erste Paar Nein, sie sind nicht mal das erste Paar Die Air Force beweisen, es weiß, sie sonst noch weiss wäre Sie sind nicht mal das erste Paar Das ich trage, warum fühle ich mich wieder last? Ich brauche eine Karte, ich ziehe hier bis andere Zeiten auf, wie Gitarren, wie Gitarren. Okay, ich ging zur Bank, weil Mama da auch kein Geld drauf. Fuck, fuck, ich kann uns nicht wieder schlecht drauf. Immer struggles, nur wegen dem Geld. Ich mache jetzt schnell und kaufe hier am Penthouse. Es ist ein Abend auf meinem Trikot. Wir reden nicht in der Gleis... Okay, Digo, alle Digos, Bruder. Deine Meinung, was sagst du? Das Speed ist voll geil, hört man gut, chillig und so, Air Force am Start. Geil, geil. Musikvideo? Musikvideo ist auch geil. Geil gemacht, ne? Vor einer Tankestelle, kann man sagen, aber das Video ist voll geil. Okay. Ist clean, ist chillig. Sommerhals? Ja, Sommerhals. Das Speed ist geil, wenn du am Nacht vor das Meer hörst und so weiter mit Musikbox. Geil, geil, geil. Brauchst du eine schöne Zigarette dazu? Geil, geil. Du bist dabei mit einem Mädchen, deine Freundin auch, trinkst du was oder spielst du auch Fußball und so. Ist voll chillig, das Musik. Ja, Bruder. Also würdest du es auch so privat anhören? Ja, Bro, warum nicht? Start, start. Ich gebe, sag ich dir Wahrheit, eine gute Komma. Zehn von Zehn von Zehn von Zehn. Krank, Bruder. Krank, krank. Calvin auf jeden Fall heißt das Engel, Bruder. Du musst abstecken. Ich muss abstecken. Geil, geil. Willst du noch was sagen, Chico? Ich begrüsse Anna Bunny TV, mein Bruder, Ilan, mein Bruder, mein großer Bruder und auch meinen kleinen Bruder Pablito, der Griege. Geil, Bruder. Ich begrüsse dann meinen Kumpel Hassan, der muss jetzt zwei Wochen zum Knast gehen, wegen scheisse Sachen. Krank, krank. Und dann, ich sage nur letzte Sachen, schlag dir keine Frau, warum wer eine Frau schlägt, seid ihr keine Männer. Und einfach sagen, wenn ihr Probleme mit einer Frau habt, schlägt niemals eine Frau. Wer eine Frau schlägt, ist ein irreloser Mensch einfach. Krass, krass. Statement, Bruder. Weißt du auf Bescheid? Das war's. Yo, 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 was geht? Wir haben direkt die nächsten Kandidaten. Wie heißt du mein Bruder? Barro. Kommst du aus Nürnberg? Ja, bra. Was hörst du so Musik im Voraus? Was ist so dein Musikgeschmack? Cello Abdi, 3,5 DL und Haftbeweise. Stereotypen. Stuit, Bruder. Stuit, ja. Auf jeden Fall, ich habe etwas neues deutsches für dich, Bruder. Der heißt Calvin, der kommt auch aus Nürnberg hier. Ich würde sagen, einfach mal reinhören, Bruder. Wir gehen stein noch rein. Die Air Force beweisen zwei, sie sonst noch weiß werden. Nein, sie sind nicht mal das erste Paar. Nein, sie sind nicht mal das erste Paar. Nein, sie sind nicht mal das erste Paar. Die Air Force beweisen zwei, sie sonst noch weiß werden. Nein, sie sind nicht mal das erste Paar. Was sagst du, Bruder? Deine Meinung? Also, Video sieht schon voll gut aus und so. Musikvideo, ja? Ja, aber diese Autotune und so, wie der bearbeitet hat und so. Sollte der bisschen verbessern und so alles. Also ist das nicht so dein Geschmack? Ist nicht so krass mein Geschmack. Aber Musikvideo war gut. Aber kann ja weitermachen. Stram halt. Was sagst du 1 bis 10? 7. Deine Meinung auf jeden Fall. Danke für deine Meinung, Bruder. Willst du noch was sagen? Jemanden grüßen? Ich grüße alles, mein Bruder. Pass auf dich auf. Yo, 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 meine Freunde. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Wir haben ein paar geile Reaktions eingeholt zu dem Song von Calvin. Air Force auf jeden Fall. Bruder, Respekt an dich. Ist ein fresher Song gewesen. Chill, chill, Bruder. Chill, 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 chill. Auf jeden Fall war ein fresher Song. Respekt an dich, Bruder. Geiles Musikvideo. Mach weiter so. Da waren ein paar geile Reaktions dabei von den Leuten, die wir befragt haben. Wenn ihr Bock auf mehr solche Formate habt, schreibt es unten rein, Leute, zu welchen Song ich noch reagieren könnte. Checkt natürlich mein Pranabin in der Camerab. Und ja, Gigi war natürlich auch am Start. Ja, das war's mit dem Video. Ihr wisst, was zu tun ist, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Leute. Und ja, um nichts mehr zu verfassen, euer Parfus war wieder back, Freunde. Back, back, back.